was geht ab leute kurator jacks wieder mittendrin in den städten im vor und ihr wisst was abgeht jetzt wir verraten red retten den outlaws bei dann f**k red ganz eindeutig der typ packt es einfach nicht das leder die position muss neu ersetzt werden neu ersetzt dann neu besetzt werden mal schauen was hier abgeht ist ein bisschen grüner geworden hier wie du vor jahren so einen turm hoch geflogen bist hilf mir auf die sprünge ist was passiert nein aber vielleicht ist das der richtige zeitpunkt mein vorstellungsvermögen auf die probe zu stellen also du bist hoch geflogen und hast einen vogel gesehen sagen wir es ist ein anfang und dann bin ich runter geflogen und gestorben und habe montagen daraus gemacht wegen der wachpläne sind auch solche augen bekommen ich konnte sie stehlen ich habe keinen moment an dir gezweifelt behalte sie erst mal ich habe einen weiteren auftrag für dich die pläne müssen zu hektor am besten bringst du sie ihm persönlich wenn das getan ist wird er dich in unsere reihen aufnehmen da bin ich mir sicher nette augen gut ich mache mich dann auf den weg ein mann der tat dann lass dich nicht aufhalten ich freue mich dich schon bald als outlaw begrüßen zu dürfen und das kurator meinst du oder gar nicht zu hektor gehen wir ich hoffe dort noch eine coole mission für uns wie red töten 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 bitte bitte ich bin freundlich ich bin einer der guten kuratoren ich werde den oberen viertel rumfliegen naja falk skywalker ich sehe es falk ich sehe es einfach reinfliegen dass ich kein geld zahlen muss jackana do nothing no finger do was gedacht mate was haben wir auch noch nicht gesprochen als mitglied der krallen klar das will ich doch gar nicht ich will doch gar nichts klar eine deiner leute hat einen anschlag auf die alps verübt er hat es also tatsächlich geschafft du wusstest davon nein aber baxter hat mich gewarnt dass er etwas vorhatte etwas großes ich sollte ihn im auge behalten nur ist er dann untergetaucht das bleibt er auch er ist tot das hingegen wusste ich wenn ein kerl wie er abtritt macht das schnell die runde nicht dass mich das stört ich konnte ihn nie leiden aber es verstößt gegen meine prinzipien jeder auch weiber hat es verdient angehört zu werden warum also hast du ihn beseitigt dafür dass er ihn los seid solltet ihr mir dankbar sein wirklich jetzt können wir nicht mehr den alps ausliefern falls sie auf rache aus sind ich bin mir sicher diese option hast du nicht in erwägung gezogen abgesehen davon bist du sicher überrascht wenn ich dir sage dass ich seine beweggründe nachvollziehen kann auf die erklärung bin ich gespannt dir ist sicher bekannt dass baxter damals aus dem vortürmen musste als slogan gegen ihn rebelliert hat anstatt das weite zu suchen hat er neue gefolgsleute um sich geschart mörder vergewaltiger abschaum den niemand in der nähe wollte einige von ihnen stiegen in seinen inneren zirkel auf weiber war einer davon und mit der zeit kamen gewisse dinge ins rollen die karten wurden neu gemischt logan verlor das vor die alps ihre macht und die kleriker einfach alles warum also noch im untergrund bleiben warum nicht selbst an die spitze klettern alles was baxter tun musste war diese chance zu ergreifen und das tat er auch und warum hat baxter weiber dann fallen lassen ganz einfach wenn du deine macht vergrößern willst musst du die leute überzeugen können das schafft man aber nicht wenn banditen das sagen haben niemand vertraut einem mörder sein leben an baxter hat das erkannt und mir die verantwortung für den krater übertragen die meisten haben es akzeptiert weiber nicht er dachte wohl mit dem anschlag könnte er bei baxter eindruck schinden aber der hätte ihn dafür kalt gemacht das ding bei den berserkern lief schon aus dem ruder sieht also ganz danach aus als wärst du ihm zuvor gekommen ach ja nur dass du gewarnt bist weiber war nicht alleine er hatte ein paar gefolgsleute den großteil von ihnen habe ich aus dem krater werfen lassen reine vorsichtsmaßnahme es ist aber durchaus möglich dass sie es auf dich abgesehen haben passt da draußen also auf dich auf danke werde ich tun ja ich habe schon ein paar davon erledigt jasma schickt mich ich habe hier die wachpläne der stadt wachen aus dem vor für dich merke die 1 unsere zellen sind autonom ich muss nicht wissen wer dich schickt oder warum ich muss nur haben was du mir bringst also für die zukunft keine namen mehr aber gut dann zeig mal her was du hast hier ich bin beeindruckt um daran zu kommen musste dich ordentlich hochgearbeitet haben bei den berserkern ich danke dir hier hast du deine bezahlung gute informationen bedeuten gutes geld das war es ich will mich euch anschließen du hast bewiesen dass du uns loyal gegenüber stehst ich wüsste nicht was dagegen sprechen sollte wenn du diesen schritt gehst ist nicht ausgeschlossen dass red wind davon bekommt ich glaube zwar nicht dass er dich rausschmeißen wird aber er wird dich möglicherweise auch nicht weiter aufsteigen lassen bist du dir also sicher dass du dich uns anschließen willst ja ich will mich euch anschließen das freut mich zu hören dann geh und melde dich bei unserem ausbilder der wohnt auch hier oben er hat anweisungen allen neuen eine rüstung zu verkaufen 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 glaubst du wir haben was zu verschenken das ist völlig normal also stell dich nicht an und leg ein paar splitter auf den tisch und wenn dich jemand fragt wo du diese rüstung her hast sagst du einfach du hättest sie einem banditen abgenommen muss ja niemand wissen dass du als spitzel für uns arbeitest na dann genieß deine neue freiheit als outlaw tut mir leid dass das nicht feierlicher über die bühne gegangen ist reden schwingen liegt mir nicht so was gibt du weißt wo du mich findest fantastisch ist das ist das alles das war die ganze endmission das sachen stellen da bist du ja ich habe mitbekommen dass du jetzt einer von uns bist scheint so ich habe einiges für dich was genau meinst du als outlaw darf ich dir einiges verkaufen oder beibringen willst du eine fette rüstung habe ich willst du lernen wie man stims herstellt kein problem für den richtigen preis bekommst du alles bei mir also fang schon mal an zu sparen zeig mir deine waren klar irgendwas irgendwas auch interessantes nein strecker schwert anscheinend besser als meins gift schaden damit habe ich denn gar kein geld wo ist die rüstung wo bin ich denn so pleite neun kristalle die sind doch nichts wert haben was sie jetzt brauchen wir nicht wir brauchen nur schwefel zur zeit was sollte mein ganzes geld hier ausgegeben die sachen werden wir auch verkaufen das sind mich nicht das da gehen wir weg und granaten dafür mein ganzes geld ausgegeben worden also ich habe die halbe rüstung mal dann holen wir uns noch schnell geld ziehen uns nur mal das oberteil an das wahrscheinlich am schlechtesten ausschaut wo uns die düschen stärke voll ja ganz cool ganz cool oh gott keine mission nichts zu tun nicht mich mit red anlegen können was sind meine aufgaben als outlaw aufgaben du bist ja witzig als outlaw hast du keine aufgaben du hast jetzt zugang zu unserem wissen und unseren händlern aber abgesehen davon bist du dein eigener herr ist das nicht der grund überhaupt ein outlaw sein zu wollen keine mehr dienlich zu sein und zu machen was man will du hast also nichts für mich was ich tun kann nein zumindest nicht als outlaw allerdings bist du ja nicht nur ein outlaw du bist ja auch eine kralle du solltest tun was deine zelle dir aufträgt ich bin sicher du wirst bei euch im unterschlupf noch ein paar aufträge in der auftragstruhe haben nein ich habe alles erledigt was es bei uns zu erledigen gab wirklich moment mal sag nicht du warst derjenige der es geschafft hat reds blutverträge aus seinem besitz zu entwenden kann schon sein ich bin ernsthaft beeindruckt wenn das so ist dann genieße doch einfach mal die zeit ohne irgendetwas tun zu müssen bereist die welt oder hau ein paar monstern auf die glocke dir fällt schon was ein was du tun kannst ansonsten quatsch mal mit unseren lehrmeistern ich bin sicher bei ihnen kannst du noch was lernen ich bin sicher du findest was zu tun ich muss mal weitermachen man sieht sich nichts nichts ich kann mit red wahrscheinlich auch nur reden aber da gibt es wahrscheinlich auch nichts zu tun ob ich jetzt noch die pläne klauen kann wo ist denn die stadt da oben ja wir werden thompson town noch ein bisschen was erledigen damit ich mir die restliche rüstung auch noch leisten kann oder stadt ist so cool aus der zeit das konzept diese wohnkonstruktion soziale interaktion auf schmalstem raum sorgt sicher für einen schnellen informationsaustausch und jede menge probleme ein kampf gut geobachtet damals in der alten welt hier gelebt zu haben war zweifelsohne viel ungefährlicher ah ich weiß nicht ich darf weder auf die pläse hier noch raten gibt die ich freistoßen kann dieses ding können wir freistoßen glaube ich das ist ja geil oh die da minen dort bote schon was geht ab jungs achtung nichts passiert das fällt über die oren ich bin ich bin natürlich schulde klein back up war ein netter schlag der ist auch gleich weg hat er eine granate geworfen hat mich gar nicht erwischt ok ach schau die unterstützung ist auch schon da die unterstützung ist schon wieder weg hier unten ist wieder ein kleiner trotant den ich schießen kann was will ich machen so, Elexala bisschen was fürs Geld dann brauche ich noch die Hose das kriegt für mich für was ich das ganze andere Geld ausgegeben habe für Schrott einfach wer kommt von oben dann lebt mir noch wer jetzt nicht mehr ich weiß gleich was ich da jetzt noch machen soll im Spiel diese Ansammlung von Gebäuden muss zu seiner Zeit eine gewaltige Denkfabrik gewesen sein wohl kaum nun viele Personen auf engem Raum bilden ein großes kollektives Gedächtnis die Leistungskapazität muss gigantisch sein glaub mir so funktioniert das nicht nein hat mir meinen Freistoß ruiniert hat der Hund ruiniert mir einfach meinen Freistoß warte warte Freistoß ist ausgewichen jämmerlich schlechtester Freistoß den ich je gesehen habe und gemacht habe Elexala ich glaube ich bin schon ziemlich durch durch das Spiel Elex 1 zurück gehen wir in eine Option das normal fertig spielen oder mit Mods das gleiche Elex machen den Elex 1 was ich hier gemacht habe Fraktions Let's Plays wo rennst du hin Falk das ist eine Ausdauer Stunde ja aber hier bin ich ja eigentlich ziemlich durch die Fraktionen waren dann doch nicht so begeisternd die anderen durchzuspielen da hat viel Inhalt gefehlt bei den Questern wohl die die Alp Kleriker Sachen haben mir auf jeden Fall am meisten gefallen ich glaube ich darf am Anfang gleich ausgesucht zu machen da kommen wir mit einer Ratte Schlag zu Schlag Ratte holen wir uns sonst noch irgendein Ding das wieder schießen kann das Ding gerade ausgewichen verdammt ich will doch nur Rattenfreistoße wow ah ah war nicht so ein cooler lieber ein Soldat wieder essen Rattenfreistoße das ist das einzig was ich will aber keine Ratten hier anscheinend ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht ob das für die Hose reicht drüben war noch ein legendäres Schild auf der anderen Seite der Map das wäre noch interessant zum verkaufen oh er dreht mich in den Kopf wo ist das verseucht er verklebt er verändert er verklebt er da chillt halt jetzt wahrscheinlich noch irgendwo eine legendäre Waffen geben die ich wahrscheinlich noch gar nicht gefunden habe mal schauen was dieser Raum mir gibt ein Gabel na Gott sei Dank dafür bin ich hier dafür spiele ich das Spiel zum Gabeln aufheben Felix 1 würde schon Bock machen ansonsten ist mein Star Wars Playful jetzt geplant wo ich in jeder Folge ein verschiedenes Car Mod Skin Mod mir drüber hau das heißt ich starte mit Darth Vader zum Beispiel als Mod das klingt für mich cool das klingt für mich cool deswegen starte ich mit diesen Sachen das heißt das kommt das nächstes schon geplantes das haben wir hier noch ein Raptor da in Etinas Wonderland fertig spielen die Ratte darf schießen hat der Freistoß der war gar nicht schlecht der war doch gar nicht schlecht der Ratten Freistoß brauche ich nur noch weitere Ratten hier da ist was drüben Outriders werde ich ein Playthrough machen wenn ich ein Auge des Stums fertig gemacht habe die Lehrmeister sind unter mir wow hör auf da wird ein verrückter um zu rennen also kleine Playthroughs kleine Playthroughs von vielen RPG Spielen alles ein bisschen postapokalyptisches und futuristiges da ist wohl ein fetter Gegner der wird Erfahrung geben vor allem macht zu guten Nahgangschaden guter Arbeit guter Arbeit Ich kriege keine Ratten mehr für mich. Heute war Schlüfen da. Oh, da haben wir einen fetten Entfalt. Da haben wir die Loots, die ich brauche. Ja, das war's. Nee, sagt bloß. Was hat dir das Gefühl gegeben? Die Fisch hat hier nichts zu treffen. Ich seh's, ich seh's. Aber da ist eine Absperrung, er kommt doch nicht durch. Hat dich auch nicht am Schand. Kommst ein Dorn, Mördern. Captain Chuck. Jack. Captain Jacks. Sparrow. Was? Was rede ich? Cap. Zack. Zack heißt's. Das Teil. Hinter die Absperrung. Über die Absperrung. Synchron. Synchron. Sehr gut. Haben wir gut einstudiert. Hopp, dann. Nice. Nice. Ja. Gibt's hier noch was im Gebäude drin? Da war ich noch nie drin, glaube ich. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Na ja, so glaube ich dir. Gibt's nichts Besonderes zu sehen in der alten Welt, aber... Da sind Spiele neue Videospiele. Da gibt's was Interessantes dann zu sehen. Hör auf, so verrückt herumzulaufen. Wasser? Nee. Da ist nur Kleinschrott. Was soll ich da mit? Energieriegel. Was verkaufe ich dir für 5? Elex. Ein kleiner Terrorvogel. Brauche ich da eine Loot. Nicht zu dringend, aber... Rotmöche und die Wühler waren in Elex 1 ziemlich... Oh, was haben wir da für eine Party? Was habe ich denn? Handgranaten. Oh, hallo. Mach das. Ich muss noch Handgranaten auswählen. Ich bin direkt hinter dir. Sehr gut, sehr gut. Au. Das schaut nicht so schön auf meinen Bildschirm aus. Die Explosion hier. Den habe ich besucht. Und draufschlagen. Das sind viele Banditen. Das wird doch legendärer Loot sein dann, oder? Mir fehlt noch ein einhändiges Schwert und ein Bogen. Da habe ich gar nichts bekommen. An einem Bogen habe ich einen Schottkant, meine ich. Eine legendäre Schottkant wäre es noch. Einen Bogen habe ich ja die Geister-Szene. So, die anderen habe ich runtergeschossen. Mit neuen Granaten. Mit Eingang. Okay, yep. Gott. Voll Schrot hier. Aber ich glaube, mit Elex 2 bin ich so ziemlich durch. Weiß nicht, ob es noch irgendwelche interessanten Mods gibt, die neu dazugekommen sind. Ich glaube nicht. Und sonst weiß ich nicht genau, was ich in Elex noch machen sollte. Ich habe jetzt eigentlich hier alles gemacht, was ich machen wollte. Und Ressort hacken. Was will ich noch machen? Das steht ganz oben auf der Liste. Ressort hacken. Komm schon. Aber die Pesaca-Abschlussmission war auf jeden Fall ziemlich enttäuschend. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Nein. Sechs. Acht hatten wir doch schon. Eins. So, was fehlt denn da jetzt noch? Fünf. Sieben. Zwei. Sieben war richtig, wenn dann. Sieben war richtig. Okay, nochmal hacken. Also eins wird das letzte sein. Da. Letzter. Nee. Ob sie. Nee, nee. Zurück eins. Nach. Verdammt. Ja. Interessant. Das war nichts. Und wird da nicht schon alles durch jetzt? Hm. Sieben, neun, sechs. Sieben, neun, sechs. Null hatten wir, glaube ich, schon. Jetzt haben wir... Null. Sieben. Neun. Sieben, sechs. Geht doch. Ich hätte beschwören können, das habe ich schon. Verdammt. 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 Prost. Okay. Dann können wir uns die restliche Rüstung noch kaufen. Yay. Wo habe ich die Leichen hingeschubft? Ganz runter. Das war ein Freistoß und ich habe ihn nicht mal gesehen. Wo ist die andere Leiche? Hier drin irgendwo? Hm. 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 Vielleicht was freistoßen? Ich glaube nicht. Aber ich sagte, Pierce. Okay, holen wir uns die Rüstung. Wo sind wir hier? Bastion. Nein. 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 Quota. In den Quota hinein. Die Hose passt nämlich gar nicht dazu. Oh, die Taktik. Ich bin bereit, zeig mir deine Wahn und nimm meinen Schrot von mir. Ich hätte ein Schwert können wir auch weggeben. Zehn Bögen haben wir bekommen. Verdammt. Die müssen ja was wert sein. Die Bögen. Mit dem Schrott auch. Und das Ganze, das ich euch normal erspare, das Ganze verkaufen. Ist das nicht interessant? Seid ihr nicht froh, dass ihr das Ganze verkaufen, vergessen, vermisst habt? Ich will da nicht mehr reden. Mitternacht. Backe-Otler-Hose. Sehr guter Otler-Helm. Wo ist das Schwert? Coolstreker-Schwert. Wird ja kein Geld. Können wir uns mal die Rüstung, den Helm hätte ich mir auch sparen können, ehrlich gesagt. Den interessiert wahrscheinlich eh keiner. Hobart, Hobart, Hobart. Äh. Äh. Ja, es... Ich hatte die beste Rüstung. Sorry. Was kannst du mir beibringen? Stimsherstellen, hat er gesagt. Schwarz gepannte Knoblauch. Muck gefragt. Chili. Rosenblüten. Rote Blüte. Elixit. Schwarz gepannte Energy Drink. Energy Drink. Kaffeebohne. Äh. Ne. Habe ich selten benutzt, die Stims. Ups. Hey, 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 nicht so schnell. Der Deal war, ich lass dich einmal hier rein. Du hast hier nichts mehr verloren. Also ab mit dir. Ich bin ein Outlaw. Jetzt lass mich rein. Kumpel. Wirklich. Dann gehen wir nochmal zu Red. Und was der für mich hat. Und gehen ihn diesmal nicht attackieren, weil ich kann ihn eh nicht töten. Leider. Ich will doch nur Red vernichten. Red. Was geht ab? Wie gefällt dir meine Rüstung? Da bist du ja. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Wir können dich nicht mehr zum Erzberserker machen. Nein. Auch wenn du vielleicht nichts dafür kannst. Aber ich weiß einfach nicht mehr, wem ich trauen kann. Hier sind in letzter Zeit sehr viele wichtige Dokumente und andere Dinge verschwunden. Ich habe mit Fenris gemeinsam beschlossen, dass wir erstmal niemanden mehr aufnehmen werden. So lange, bis wir die Schuldigen gefunden haben. Aber mach dir nichts draus. Wenn du damit nichts zu tun hast, wird sich das rausstellen. Und in einigen Jahren? Hm, wer weiß. Aber bis dahin müssen wir Vorsicht walten lassen. Das verstehst du sicherlich. Also dann, ich habe noch ein paar wichtige Sachen zu erledigen. Wir sehen uns. Oh, ich wollte so gern Erzberserker werden. Schade. Hab ich noch Geld für den Feuerregen? Ich glaube, ich bin noch immer zu wenig Constitution und Intelligenz, irgendwas von beiden. Oh, zu wenig Intelligenz. Für alles, für alles, für alles. Ah, ja, dann gibt es hier eh nichts mehr zu tun. Hm, nee, nee. Nee, das war's. Peace out. Peace out. Peace out. Vielen Dank.